Das Zorea Capsule Update ist live, das wurde ja schon vor einiger Zeit angekündigt, jetzt ist es gelauncht. Ich will euch meine Einschätzung zum jetzigen Stand geben, aber auch was ich denke, wie es sich in Zukunft in Zorea verhalten wird. Außerdem ist meine Rivals to Glory mit in diesem Video, viel Spaß dabei. Die Essenzen wurden in dem Update hier angekündigt. Hier wurde einfach vorgestellt, dass es jetzt quasi ein Crafting System in Zorea geben wird, wie es ja in ganz vielen anderen Spielen auch der Fall ist. Ich finde die Idee per se eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe mir nur ein bisschen mehr erhofft, das schon mal vorgegriffen, denn ich habe mir gedacht, dass es so ein bisschen auch ein Burning System geben wird. Aber wer weiß, was in Zukunft kommen wird. Auf jeden Fall ist es eben ein Crafting System in Zorea. Man bekommt die Essenzen, indem man in European Special Competition Reward Boxen sich holt oder eben in Zorea Rivals. Also es geht eigentlich nur darum, dass man relativ gut in Zorea performt. Dann hat man eine Chance, Essenzen zu bekommen. Die sind ja jetzt auch schon die ersten ausgeschüttet worden. Und eigentlich ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man welche bekommt. Man sieht hier, dass es verschiedene Meilensteine gibt, in denen man die dann einsetzen kann. Ich zoe mal ein bisschen dran. Meilenstein 1 sind 20 Essenzen. Ich glaube, das ist auch das Geringste, was man bekommen kann. Also wenn ihr eine Box öffnet und sind mindestens 20 Essenzen drin, wenn ihr das aktiviert, ist garantiert eine Tier-5-Karte drin oder eben besser. Die Chancen auf eine Star-Karte sind natürlich relativ schwach. Und das steigert sich dann natürlich immer mit jedem Milestone. Bei Milestone 4 ist es schon so, dass man 16% auf eine Star-Karte hat und auf eine Tier-2-Karte auch schon 50%. Ich kann noch nicht ganz einschätzen, wie lange es dauern wird, 250 Essenzen zu ersparen oder zu er-craften. Aber ich glaube, hier ist dann halt auch wieder das Ding, je mehr Teams ihr stellt, desto höher ist natürlich die Chance, dann Rewards zu bekommen. Natürlich profitieren hier die Whales wieder am meisten davon. Aber lasst euch gesagt sein, Zoraea kann nicht ohne Whales überleben. Das heißt, wenn Whales profitieren, profitieren wir kleineren Spieler eigentlich long-term auch davon. Klar werden die hier immer wieder krasse Star-Karten rausbekommen, denke ich. Gerade hier in Rare oder auch Super-Rare könnte das eventuell zum Problem werden, je nachdem, wie krass die Essenzen in den Rare- und Super-Rare-Boxen ausgeschüttet werden. Ich glaube, in Zoraea Rivals kann man ziemlich sicher nur Limited-Essenzen holen. Alles andere wäre ein bisschen too much, finde ich. Aber im Hinblick jetzt eben auf Zoraea Rivals und auf neue Spieler könnte das wirklich sehr interessant sein. Denn Free-to-Play-Spieler wurden eigentlich seit dem neuen Liegensystem in Zoraea so ein bisschen abgestraft. Man hatte nur eine Chance über Zoraea Rivals, um hier dann in Division 1 zu kommen und hier dann einigermaßen eine Chance auf eine Limited-Karte in den Boxen zu haben. Denn die normalen Boxen in Rivals, das habe ich ja auch schon in der Rivals to Glory vorgestellt, da ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass man Karten zieht. Und wenn man dann wirklich Division 1 kommen muss, auch das ist sehr schwer, das sieht man ja auch in meiner Serie, ist es natürlich nicht ganz so einfach für Anfänger, die ja sowieso in Division 10 starten und dann auch nicht so viel Knowledge über Zoraea haben. Ich finde, dahingehend ist das hier wirklich ein cooler Step für neue Spieler, denn 20 Essenzen wird man sich, denke ich, immer mal wieder erspielen können und wenn man die dann direkt einsetzt, dann hat man tatsächlich direkt eine Limited-Karte. Und wenn man Glück hat, ist es ja vielleicht sogar eine Tier 3 oder eine Tier 2 und damit lässt sich eigentlich dann schon in den Pro-Bereich spielen, finde ich. Also wenn man da dann zwei, drei Monate vielleicht ein bisschen ernsthafter Rivals spielt und vielleicht jetzt gerade aktuell auch über den EM-Modus spielt, dann hat man, glaube ich, eigentlich echt ein gutes Fundament, um jetzt in Zoraea Fuß zu fassen. Ansonsten steht eigentlich nicht ganz so viel zu den Essenzen in diesem Update. Es steht hier halt natürlich, aber das macht ja auch irgendwo Sinn, dass man nicht mehr als 550 von den Essenzen haben kann pro Scarcity, also pro Seltenheitsgrad. Aber ich verstehe auch nicht, wieso man mehr als 550 sammeln sollte. Wenn man meist so einen 5 hat, dann wird man, denke ich, auch direkt aktivieren. Wenn man hier mehr sammeln will, ist das, glaube ich, nur relevant für YouTuber und Streamer, die dann vielleicht irgendwie ein Pack-Opening machen wollen. Aber für den normalen, so Rare-Verbraucher sehe ich da sowieso keinen Sinn, mehr als 500 zu sammeln. Dann gibt es hier natürlich noch die Unique-Milestones, aber ich glaube, die sind für uns alle eher irrelevant. Und dann gibt es hier noch ein FAQ. Das finde ich eigentlich relativ interessant. Das Rivals fällt mal unter den Tisch, weil es ist ja klar, dass man Rivals spielt. Aber vor allem das hier finde ich noch sehr interessant, in welchen Competitionen die Karten dann sind. Und hier steht, es kommt darauf an, in welchen Competitionen man die Essenzen gefarmt hat. Wie sich das jetzt in Rivals verhält, das weiß man, glaube ich, bis heute noch nicht. Weil in Rivals ist ja jetzt nicht so, dass man wirklich in Champion, Challenger, Contender oder U23 aufstellt. Ich meine, man könnte eventuell das rechtfertigen, indem man jetzt bei der EM vielleicht Essenzen farmt durch die Kisten, dass das dann Champion ist. Aber ich glaube, so wird es bei Rivals nicht funktionieren. Ich denke mal, da wird es dann eher so ein Random-Faktor und vermutlich auch eher die schlechteren Karten. Aber wenn ihr jetzt jemanden seid, der auf Bundesliga setzt, der auf Champion setzt, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Karte bekommen, die ziemlich sicher aus den Champion-Pool dann ist und euch auch wirklich weiterhilft. Das heißt also wirklich, wenn ihr hier sehr gut performt und euch dann die 500 Essenzen zusammenspart, dann habt ihr wirklich eine große Chance, einen Star aus Champion zu bekommen. Und das könnten dann wirklich richtig gute Karten sein. Kommen wir zu meiner Einschätzung. Wie ich ganz am Anfang von dem Update kurz erwähnt habe, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht. Denn als es angekündigt wurde, das Capsule Update, habe ich mir direkt gedacht, das ist doch ein geiler Weg, die Inflation so ein bisschen zu stoppen und hier wirklich ein Burning-System einzuführen. Dass man, keine Ahnung, hier fünf Karten einstampft, um fünf Essenzen zu bekommen. Sodass die ganzen Karten, die man sowieso nicht braucht, die man auch nicht verkauft bekommt, einfach mal weg sind. Und vielleicht dadurch eben mal wieder ein bisschen mehr Nahfrage auf dem Markt herrscht. Denn, also ich persönlich, habe das Gefühl, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, seine Karten zu verkaufen. Irgendwie, wenn überhaupt mal eine In-Season, die man verkauft bekommt, die Classic-Karten stehen eigentlich fast still. Und ich finde, da wäre das Crafting-Ding eigentlich richtig gut. Ich meine, jetzt mit den In-Season-Wettbewerben ist es ja trotzdem so, dass irgendwo ein Markt gegeben ist, aber eben nur für die In-Season-Karten. Die Classic-Karten werden eigentlich nicht bedient. Und viele von uns Managern haben ja eigentlich nur solche Karten. Deswegen hätte ich mir auf jeden Fall da noch so ein Burning-System gewünscht. Aber es heißt ja nicht, dass das nicht kommen wird. Vielleicht nimmt Soria endlich mal das Feedback von uns Managern an, denn ich bin nicht der Einzige, der das fordert. Das wäre wirklich ein einfacher Weg, das Burning-System mal richtig gescheit zu implementieren. Man sieht es bei Ultimate Champion, wie gut so ein Burning-System funktionieren kann. Da ist nämlich der Kartenpreis oder der Markt eigentlich relativ stabil. In Soria fällt er ja eher. Jetzt mit dem EM-Update, wo sowieso noch mehr Karten reinkommen, und dem Capsule-Update, wo es ja auch nochmal einfacher ist, Karten zu generieren, muss man erstmal abwarten, wie der Markt das wegstecken wird. Ich gehe schon davon aus, dass wenn die neuen Karten alle gelauncht sind und drei, vier Wochen vergangen sind, dass der Markt schon definitiv einbrechen wird und dass man eben Classic-Karten sehr, sehr schwer los wird. Was das Update aber auf jeden Fall geschafft hat, und das habe ich auch schon kurz angeschnitten, ist die Perspektive für neuere Spieler, die nicht ganz so viel Geld investieren wollen, größer zu machen. Denn es ist wirklich deutlich einfacher jetzt geworden, an Karten zu kommen und auch an gescheite Karten zu kommen. Weil ich glaube, 20 Essenzen kriegt man hier und da immer mal wieder und wenn man die dann wirklich spart, dann kriegt man, denke ich, schon definitiv eine brauchbare Karte. Ich glaube, es wird nicht ganz so einfach sein, auf 500 Essenzen zu kommen, aber Meilenstein 2 oder 3 ist definitiv auch für Low-Budget-Spieler relativ einfach erreichbar und dadurch ist die Hürde im Spiel deutlich einfacher nochmal. Eben auch jetzt mit dem Rivals-Modus, da denke ich, auf jeden Fall werden sehr, sehr viele neue Spieler Karten bekommen. Ich hoffe, die hören dann nicht direkt auf, wie es beim WM-Modus war, sondern bleiben vielleicht noch ein bisschen dran. Und vielleicht eben über dieses Capsule-Update, vielleicht generiert man ja sogar bei den Rivals-Spielen zur EM schon ein oder zwei Kapseln. Dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass diesmal ein bisschen mehr Spieler hängen bleiben und das ist auf jeden Fall was Positives, das uns alle eigentlich freuen könnte. Natürlich profitieren die Whales, wie ich auch schon gesagt habe, am meisten davon, aber so kleinere Spieler werden eben auch ganz gut davon profitieren und ich glaube auch Leute, die so eine Standard-Galerie wie ich jetzt haben, kommen relativ gut an die Kapseln. Da bleibt eben nur abzuwarten, ob das dann auch wirklich brauchbare Spieler werden. Dann kommen wir zu meiner Rivals to Glory Episode 3 und das ist bisher die schlechteste. Ihr seht es im Hintergrund, wir sind abgestiegen in Division 5. Letzte Game Week lief wirklich absolut gar nichts und diese Game Week sieht es nicht besser aus. Ich bin Rang 19, habe 0 Rap, hat eigentlich ganz gut angefangen, aber heute und gestern lief dann wieder überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Eigentlich sind meine Spiele alle relativ knapp und ich habe ein gutes Gefühl bei den Aufstellungen, aber ich performe einfach überhaupt gar nicht mehr. Wir können uns das Ganze auch in Prozenten angucken. Eigentlich ist die Folge nämlich relativ schnell vorbei. Ihr seht hier Woche 2, ich habe 9 Spiele gespielt, 4 gewonnen, ist eine Siegquote von 44%. Mein Ziel war ja 55 aufwärts. Diese Woche ist noch viel schlimmer bisher, 6 Spiele gespielt, 2 gewonnen, 33% Winrate und das macht insgesamt eine Siegquote von 38,5%. Boxen gab es dementsprechend leider auch keine. Ich habe weder eine Winstreak-Box noch eine Division-Box bekommen, weil ich ja abgestiegen bin. Es lief wirklich überhaupt nicht. Was ich euch aber noch sagen will, ich will ja euer Feedback aufnehmen und es wurde gefordert, dass ich euch meine Aufstellungen zeige und was ich mir dabei gedacht habe. Das wirklich bei jedem Spiel konsequent zu machen, würde glaube ich den Rahmen sprengen. Außerdem sind die Spiele ja in Vergangenheit. Ich habe mir gedacht, als Kompromiss werde ich auf jeden Fall jeden Tag, zumindest bei der EM jetzt, ein Spiel rausnehmen und da eine kleine Analyse auf Twitter schreiben. Also gerne unter dem Video in der Infobox auf meinen Twitter-Link gehen. Da kriegt ihr dann eine kleine Einschätzung zu mindestens einem Spiel pro Tag. Und dann werde ich in jeder Rivals to Glory ab jetzt mir zwei Spiele rauspicken, die in der Zukunft liegen. Werde da erstmal einen Line-Up predikten, dass ihr da schon vielleicht ein bisschen Mehrwert habt. Gerade bei Spielen, die vielleicht etwas kniffliger sind. Und dann werde ich eine Einschätzung zu beiden Teams geben und was ich vom Spieler erwarte. Und wieso ich die Spieler aufgestellt habe, wieso ich die Taktik gewählt habe. Vielleicht wird es ja dem einen oder anderen helfen, auch wenn ich diese Woche einfach absolut nicht gut war und vielleicht auch kein gutes Beispiel bin, will ich euch das trotzdem nicht vorenthalten. Weil ich dann doch glaube, dass ich auf lange Sicht eine ganz gute Siegquote hinbekommen werde. Weil viele auch nach meinen Rivals Special Gruppen gefragt haben und wie es da gerade so bei mir steht, will ich euch die auch nicht vorenthalten. Ihr seht, ich bin aber kein Teil von den großen fünf, die die Gruppe tragen. Ich bin jeweils wirklich überhaupt nicht gut dabei. Die EM läuft, wie gesagt, leider gar nicht bei mir. Ich bin trotzdem froh, dass unsere Community, die eine zumindest, die andere ist ein bisschen abgeschlagen, aber auch selbst die ist noch im Preispool drin. Aber die zweite Gruppe, die hat es tatsächlich im Moment unter den Top 700 geschafft. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Snappies Community Gruppe, wo ich auch mit drin bin, ist auch ganz knapp an den 700. Ich glaube, von ein paar anderen YouTube Creatoren, da sind ein paar höhere Ranglistenplätze aktuell drin. Ich habe aber auch gesehen, dass es wirklich sehr, sehr eng ist und dass eigentlich noch fast alles passieren kann. Natürlich sind Platz 1 bis 20 Träumerei, aber ich glaube, so eine Tier 2 ist durchaus realistisch, zumindest bei mir. An der Stelle würde mich natürlich auch mega interessieren, was eure Gruppe so reißt. Ob ihr in einer von denen hier mit dabei seid, die ihr im Hintergrund seht, oder was eure Top-Gruppe halt generell ist. Seid ihr in den Top 100? Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Ich habe mir als erstes Spiel ausgesucht, Belgien gegen Rumänien, also am Samstag. Ihr seht das Video am Freitag, deswegen habt ihr noch genug Zeit, das Ganze anzuschauen und euch zu überlegen, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Pick umsetzen werdet. Auf der Torhüterposition habe ich mich für Castells entschieden. Belgien hat zwar einen Fehlstand hingelegt, ich finde, die haben aber per se eigentlich nicht schlecht gespielt. Romelu Lukaku hat mal wieder Lukaku-Dinge gemacht. Ich glaube, bei jedem der letzten großen Spiele hat der Torchancen versemmelt bis zum Gehtnichtmehr, bis es gekracht hat. Ich glaube trotzdem, dass Belgien sich fängt. Castells ist unangefochtener Nummer 1, wird, denke ich, definitiv spielen. In der Abwehr habe ich dann der Bast ausgesucht, ist für mich ein kleiner Geheimtipp. Ich finde, der spielt richtig stabil, man sieht es hier auch an seinen Scores. Okay, ist belgische Liga, kann man sagen, aber eigentlich performt der schon ganz gut und gegen die Slowakei hat er auch in Ordnung gespielt. Vor allem dafür eben, dass er 38 Punkte kostet und ihr nur 290 zur Verfügung habt und sehr, sehr viele Spieler bei Belgien halt sehr teuer sind. Zum einen nämlich der Spieler, den man auf jeden Fall stellen muss gegen Rumänien, denke ich. Belgien wird sehr, sehr viel Ballbesitz haben und Kevin De Bruyne wird immer wieder gefährlich sein. Und wenn Lukaku dann auch mal einen Pass verwertet, dann bin ich mir auch relativ sicher, dass De Bruyne sehr, sehr gut scoren wird. Und dann habe ich mich für einen Doppelsturm entschieden, weil ich eben denke, dass Belgien definitiv drückend überlegen sein wird. Ich glaube zwar, dass nicht ganz so viele Tore fallen werden, denn Rumänien hat wirklich eine sehr, sehr starke Verteidigung. Die haben wirklich stabil gespielt im ersten Spiel, hat mich überrascht. Ich habe schon gedacht, dass die Verteidigung gut stehen wird, aber dass die so gut dann kontern, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich habe mich dann eben für Lukaku und Doku oder Dökü oder wie man ihn auch immer ausspricht entschieden. Beide haben keine guten Scores gehabt im letzten Spiel. Lukaku hat, wie gesagt, man sieht es hier glaube ich auch, drei Großchancen vergeben. Dazu noch zwei Abseits-Tore. Der hat wirklich gar nicht gut performt. Und Dökü hat den Fehler vorm Gegentor kassiert. Trossard ist eigentlich auch noch eine relativ interessante Wahl. Genauso wie Openda und Bakayoko, weil ich glaube, ja, also ich habe Trossard nicht in meiner Aufstellung, sagen wir es eher so, weil ich das Gefühl habe, dass gegen so ein kompaktes Rumänien noch Openda reinrutschen könnte und das ist mir zu gefährlich. Ich denke, Dökü hat auf jeden Fall seinen Stammplatz, Lukaku auch. Und dann könnte eben Openda als zweite Spitze nochmal mit reinrutschen. Deswegen ist mir ein bisschen zu gefährlich. Openda ist dann vielleicht so ein interessanter Pick, wenn ihr andere Spieler, teurere Spieler in der Verteidigung aufstellen wollt. Dann könnte das sehr, sehr interessant sein. Ansonsten bin ich mit dieser Aufstellung sehr, sehr zufrieden. Würde hier dann auf jeden Fall De Bruyne als Kapitän nehmen. Bei Dökü und Lukaku bin ich mir zwar relativ sicher, dass die Scores gut werden, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass De Bruyne die besten Scores auf dem Spielfeld haben wird. Bei der Taktik ist es dann relativ schwer. Ich denke, Belgien wird drückend überlegen sein. Ich denke, die werden sehr, sehr viel Ballbesitz haben. 70 plus, würde ich sagen. Nur ist halt das Ding, Lukaku und Dökü werden nicht viele Pässe spielen. De Bast und De Bruyne werden zusammen nicht auf die 220 Pässe kommen. 170 könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie knacken. Aber Tiki-Taka würde ich eigentlich immer nur dann wählen, wenn die wirklich extrem drückend überlegen sind und ihr die zentralen Spieler habt. Meistens ist es ja so, dass fast alle Teams spielen ja mittlerweile 3-5-2 oder der überwiegend große Teil, der auf Ballbesitz Fußball spielt, spielt 3-5-2. Und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man Tiki-Taka spielen will, dass man den zentralen Innenverteidiger nimmt, weil der ist meistens für den Spielaufbau zuständig. Dann einen Sechser, wie jetzt beispielsweise bei Deutschland Toni Kroos und einen Achter. Und dann hat man eigentlich schon ziemlich, ziemlich sicher die 220 Punkte voll, wenn man die anderen zwei Spieler dann noch auffüllt. In dem Fall schwanke ich tatsächlich auf Joga Bonito und All-Out Attack. Aber ich denke, auch wenn Rumänien ziemlich sicher stehen wird und ziemlich fest, wird All-Out Attack hier die bessere Wahl sein als das Dribbling. Weil ich auf jeden Fall davon ausgehe, dass Lukaku seine Leistung steigern wird. Und so würde ich reingehen. Natürlich halte ich mir jetzt trotzdem vor, falls der Trainer irgendwelche Wechsel macht, mit denen ich nicht gerechnet habe, dass ich dann natürlich nochmal austausche. Das ist ja klar. Also bis dahin kann noch viel passieren. Vielleicht verletzt sich auch jemand, aber Stand jetzt, wenn alle meine fünf Spieler in der Start-Up stehen, dann werde ich auf jeden Fall so spielen. Und das zweite Spiel, das ich mir ausgesucht habe, ist dann Georgien gegen Tschechien. Und ihr seht es hier im Hintergrund schon. Ich habe mich tatsächlich für einen kompletten Georgien-Stack entschieden. Das klingt erstmal ziemlich verrückt, weil Georgien schon ein krasser Außenseiter ist. Aber ich finde, die haben es gegen die Türkei echt nicht schlecht gemacht und hätten tatsächlich auch das 2-2 eigentlich fast schon verdient gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt. Die haben wirklich super gespielt, vor allem Quarazkelia hat wirklich sehr, sehr gut gespielt und Mikau-Tazze, die beiden, haben wirklich Alarm gemacht vorne. Und ich finde, die haben es tatsächlich auch einfach besser gemacht als Tschechien gegen Portugal, auch wenn es da auch lange gut aussah. Und vor allem hier der Torhüter eigentlich in den Himmel gelobt wurde, in Deutschland von den Moderatoren zumindest im Live-Spiel. Ich persönlich sehe das aber ein bisschen anders. Ich finde, der hat jetzt nicht so 100% sicher gewirkt. Da finde ich bei Madashvili tatsächlich die bessere Variante. Und ich gehe auf jeden Fall auch davon aus, dass das kein Spiel sein wird, wo extrem viele Tore fallen werden, sondern dass das wirklich eine Abwehrschlacht sein wird. Weil Georgien wirklich mit Herzblut spielen wird. Die feiern, glaube ich, auch schon, wenn sie einen Punkt holen würden. Das wäre der erste in der Geschichte. Deswegen denke ich da auf jeden Fall, werden nicht ganz so viele Tore fallen. In der Verteidigung habe ich mich dann für Tvali entschieden, weil ich finde, dass er in den Playoffs extrem gut gespielt hat. Das sieht man hier auch an seinen Scores. Generell ist es nicht der beste Spieler, was Scores angeht. Aber auch gegen die Türkei hat er ein ordentliches Spiel gemacht. Und ich finde, für das, dass hier 14 Punkte Minus sind, alleine wegen den Gegentoren und wegen einem Fehler, den er gemacht hat, hat er trotzdem 39 Punkte gemacht. Das ist nicht verkehrt. Und ich glaube, gegen Tschechien, die nicht ganz so drückend überlegen sein werden, könnte ich mir vorstellen, dass er ganz gut scoren wird. Im Mittelfeld habe ich mich für den Kämpfer entschieden. Nicht wegen den 83 Punkten hier, sondern generell, weil ich hier einen Zweikämpfer haben wollte. Und ich glaube, dass er mit der beste Spieler ist im Mittelfeld von Georgien. Hier bin ich aber tatsächlich noch hin und her gerissen, ob ich nicht vielleicht doch einen Tschechien stellen soll, weil ich mir da auf jeden Fall sicherer bin, dass die Leistung kommen wird. Bei den Mittelfeldspielern von Georgien war er nämlich schon relativ mau, muss man sagen. Und dann im Sturm habe ich mich für Mikau Tazza entschieden und Quarazkelia, vorhin schon angeschnitten. Das waren die zwei Spieler, die wirklich komplett Unruhe gestiftet haben und die wirklich, wirklich gut gespielt haben. Quarazkelia ist ja sowieso der Zielspieler, wird immer wieder gesucht. Deswegen denke ich, wird er auch relativ gut scoren. Gegen die Türkei hat er okay gescored, war jetzt nicht überragend, aber er hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Und Mikau Tazza hat wirklich, wirklich gut gespielt. Der hat mich auf jeden Fall überzeugt. Kapitän natürlich, Quietscher. Und dann würde ich hier, schwanke ich auch wieder zwischen Dribbling und diesmal aber gewonnene Zweikämpfe, weil ich denke, dass es eben ein extrem enges Spiel sein wird und dass hier wirklich sehr, sehr viele Zweikämpfe geführt werden. Tatsächlich noch etwas unentschlossen, aber ich tendiere aktuell eher zu Joga Bonito, weil ich trotzdem denke, dass Quarazkelia extrem oft angespielt wird und er geht halt super oft ins 1 gegen 1. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Spieler in Europa, der so ein 1 zu 1 Spieler ist wie Grycha Quarazkelia und deswegen suche ich mir ihn jetzt aus. Das war es dann mit dem Video. Ich würde mich natürlich super über Feedback für die Neuerungen jetzt in der Rivals2Glory mit den zwei Spielanalysen freuen, ob euch das gefällt, ob es euch weiterhilft oder ob wir es eher weglassen sollen. Und bis dahin verlinke ich euch hier nochmal die erste Folge der Rivals2Glory, dass ihr auch genau wisst, um was es geht und bis dahin sehen wir uns wieder. Ciao, ciao.